Okay, interessant. Kinderaktivitäten, Hausaufgaben machen. Cool. Sozialfreundlich, gemein, campen, küssen, Rede halten. Oh, Witze erzählen. Tächte, ja genau. Draußen hatte ich jetzt, glaube ich, schon mal. Unfug und Chaos. Okay, Hobbys, lesen, programmieren. Cool. Oh ja, Kunst und Musik. Wie wärs denn schon mal hier mit singen? Und Musik hören. Und jetzt bräuchte ich eigentlich noch tanzen. Das gibt's aber nicht. Echt nicht? Doch da, tanzen. Ja. Okay, und was sind unsere Abtörner? Ähm... Weiß ich nicht. Was sind denn mal unsere Abtörner? Hier das hier. Und dann vielleicht noch... Weiß ich nicht. Vielleicht erschrecken. Und dann vielleicht... Objekte stehlen. Ähm... Objekte in Besitz nehmen. Ja, ja. Ah, ich glaube, das sollte nur reichen. Achso, es gibt sogar noch einen Treffpunkt. Bestimmte Orte. Keine. Ich mach erstmal keine, oder? Offene Einladung. Was kann ich hier noch? Oh, cool. Ich kann hier sogar noch... Hier sowas. Hier. Wegen seinen Kopfhörern immer. Aber wir sind ja eigentlich ja die Wölfe, ne? Schade, dass es hier keinen Wolf gibt. Naja, okay. Das sollte dann passen. Cool. Äh, die Wölfe. Okay. Glückwunsch. Beim Jamin hat er vorher die Gruppe die Wölfe erstellt. Jetzt wird es Zeit, neue Mitglieder anzuwerben und die Stadt zu erobern. Cool. Achso, du bist ja eh schon fertig. Ähm, dann kannst du doch eigentlich doch gleich schon mal hier ein paar Moves mal zeigen. Was machst du da eigentlich? Achso, du spielst. Hab mich eben eigentlich nur voll gewundert. So, was macht der denn da eigentlich? Ist eigentlich irgendwie voll blöd, wenn man dazu keine Musik irgendwie hört. Ah, echt? Das ist doch... Ach, das sieht doch überhaupt nicht toll aus. Ah, je. Kinder. Oh, eine Gruppenversammlung einberufen. Cool. Ja, komm, das machen wir mal. Versammlung starten. Aber jetzt wissen die ja doch ganz nahe wohl wohin, oder? Aha. Oder? Äh, die Gruppenmitglieder wurden Benari und sind unterwegs. Okay. Hi, ich habe gehört, dass der Blasenmacher auf dem Gewürzfestival ein paar tolle Aromen zu bieten hat. Begleitest du mich? Bringe ein paar Freunde mit. Äh, oh hier. Meine Gruppenmitglieder bringe ich mit. Ähm. Okay, warum sind die jetzt hier? Hä? Das ist doch aus. Tänzer beobachten. Ach so. Ah, die ist ja auch voll cool. Irgendwie glaube ich, sind die Sims gerade voll verbuggt. Sehr verspielt, cool. Sie ist jetzt voll albern. Eine verspielte SMS verschicken. Ähm. Wie wäre es denn mit Benjamin? Okay, kann ich anscheinend nicht? Oh Mann, denn verschickt halt ihn da deine verspielte SMS. Manu. Hä? Ich dachte, Irgendwie ist es doch hier voll verbuggt. Na ja. Egal. Ah, schade, dass du leider ein bisschen zu alt für uns bist. Oh guck mal, sie kann ja, sie kann ja vielleicht hier Fotos machen, ne? Foto machen. Wie er hier alle so zusammensitzt und... Hier machen wir mal ein Foto hier von ihm. Und von... Ups. Äh, und von ihr. Und von ihm. Cool. Oh, hier singt er auch noch. Kannst du nicht aber hier nochmal irgendwie Fotos machen oder so? Foto machen mit. Ja, mit ihm! Ah. Was hat sie denn? Die ist krank! Wahrscheinlich, weil sie so verspielt ist. Oh nein! Oh, wie sieht denn das aus? Oh, voll... Oh nein, die tut mir echt leid. Zusammenhalt, dekoriert, tolles Gefühl. Ah, jetzt singen... Und jetzt übt sie auch nochmal das Singen. Schön. La! 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 Oh, wie gesagt! Oh, Gott! Don! Don! Mi! Ha! So! Oh! Oh!